Bete! Was geht? необходимо einen Schnittchen, vielen jetzt Dank fürs Einschalten. Gucken wir uns doch mal Ultimate Challenge 3 von RookKort hier an. Ja, den jungen Mann, den kennen wir ja schon. Der hat uns ja schon mal das ein oder andere Level... Was geht denn hier ab? Alter, was ist das denn? Der hat uns ja schon das ein oder andere Level beschert. Ist jetzt mittlerweile Ultimate Challenge 3, wie wir gerade gesehen haben. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, letzte Mal bin ich da einmal voll easy durchgejumpt. Und jetzt, jetzt, jetzt denkt er sich so, ja, jetzt mach ich den einfach besoffen. Aber selbst besoffen, mein Freund, kein Problem für mich. Boah, alter Schwede. Alter, Mario ist ja hier voll die Schnapsdrossel, ey. Okay, wenn man da, wenn man sich das so, wenn man da so einigermaßen dran gewöhnt ist, dann geht's. Oh, okay, nicht ganz. Ei, 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 ei. Okay, perfekt. Ja, Ultimate Challenge 3, Mami. So, sehr gut. Da war schon die erste Fahne. Buh, ho, ho, Mami. Nein. Alter, diese Dinger hier gehen mir ja jetzt schon richtig hart auf den Schnulli, ey. Mooooon. Ah, come on. Juhu. Ja, oh, oh, oh. Oh, oh, so geht ja. Alter, so geht ja voll easy hier mit diesem Jump. Das ist ja voll. Ja, auf jeden Fall. Come on, ey. Oh, ja, komm jetzt hier. Und nein. Oh, okay. Alter, wie mich das Teil fast getötet hätte. Das ist ja wohl ein Witz. Oh, ein Pilz. Mann, was? Warte. Warte. Nicht, bitte. Bitte nicht töten jetzt. Oh, Mami. Oh, ficken. Nein. Bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Komm schon, gib mir den Ding. Oh, 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 oh. Oh. Fuck doch die Hände. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Mann. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Die Frage ist, wie macht man das denn jetzt? Ich komm doch gar nicht da hoch, Mann. Jetzt paut doch mal, paut doch mal. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Komm schon. What? Nein. Oh, nein. Jetzt muss ich das wieder alles machen. Jetzt muss ich das wieder alles machen. Warte. Nein. Jetzt einfach mal. So, komm, gib mir das Ding. Gib mir das Ding. Nice. Nice. Oh, so nicht. So nicht. So nicht. So nicht. So nicht. So ist scheiße. So ist scheiße. Komm schon. Gib mir das Ding. Gib mir jetzt dieses Kino. Kommt da nichts raus. Wieso? Kommt da nichts raus. Mami. Jetzt. 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 Oh. Oh. Ja. 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 Boah. Leck mich am Arsch. Alter. Das war nicht einfach. Nicht einfach, aber ein sehr cooles Level. Daher vielen Dank fürs Einsetzen. Äh. Daher vielen Dank fürs Einsensen. Äh. What the fuck geht ab, Mann. Vielen Dank fürs Einsenden, lieber Rokorti, für Ultimate Challenge 3. Aber auch diesmal wieder geschafft. Wer es nachzocken möchte, hier habt ihr die ID. Also viel Spaß dabei. Tatsächlich haben wir eine neue Ultimate Challenge von unserem Rokorti hier am Start. Ja. Und ich sag schon hier unserer, ja. Aber fuck das nun mal. Der Glungmann hat uns ja schon das andere Level eingesendet. Und deswegen freue ich mich umso mehr dafür, äh, darüber, dass es jetzt eine neue Challenge gibt. Ich glaube, äh, Rokorti, um dich so ein bisschen zu demütigen, ich benutze dein Level mal als Aufwärme-Level. So, bin ich, bin ich wieder sehr gespannt. Ich glaube, ich glaube, ich bin zu spät los. Mami! Okay, jetzt muss ich... Ohohohoho, was? Gut, das Level geht also schon direkt los hier. Wie man sieht, ich darf den Pilz nicht ver... verpassen. Will ich da... Ähm, ich... Das würde ich... Dann wahrscheinlich... Ich glaube, äh, Rokorti, um dich so ein bisschen zu demütigen, ich benutze dein Level mal als Aufwärme-Level. Aufwärme-Level. Mami! Ich hab's geschafft! Oh! Okay, ich glaube, der Kollege möchte es wissen. Aber kein Problem. Ich meine, wir haben es ja bis jetzt geschafft. Ich weiß, wie es funktionieren soll. Ohli, ich bin jetzt schon wieder zu langsam. Oh! Okay. Okay, erstmal verschnaufen. Adi, der braucht einfach mal ein bisschen Zunder. What the fuck? Und jetzt hoch, runter, hoch, runter. Hoch, nein! Nicht springen! Ja, der erste Teil, der ist ja mittlerweile hier, äh, völlig easy gemacht. Also, da muss man mal ganz einfach sagen. Ja, nice try, Rokorti. Aber damit lumpst du mich schon mal nicht mehr. Ich hab den Pilz verwarzt! Das macht Spaß, auch wenn ich jetzt... Du Wichser! Du miese scheiß Raupe, ey! Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben, oder? Okay, doch nicht. Alles klärchen. Das ist ein Witz! Rokorti, Alter, du bist auch so ein Schlüpperschnüffler, mich da so hart zu natzen. Diese miese Raupe! Die musst du natürlich noch sein, Kollege. So, hoch, hoch, nein, runter. Nein! Wo bleibt denn der Pilz? Da kommt kein Pilz raus! Wo ist der Pilz? Und die Challenge hier ist schon nicht einfach. Nicht einfach. Also, gibt es überhaupt die Möglichkeit... Oh, warte, ich kann ja hier warten. Oh, nein! Okay, okay, es ist scheinbar tatsächlich gar nicht mal so... Meihu! Alter, diese Stelle, die ist sowas von hardcore asozial. Oh! Das Witzige ist, ich brauche mir hier gar keinen Stress zu machen, weil das geht eigentlich voll langsam hier. Warte! Oh, die sind miese Ruh und Pilz! Jetzt ist das nämlich schon wieder vorbei, das komische Gedönse hier. Jetzt kann ich da nämlich einfach... Voll... Ach, du komm schon! Oh, so! Mal wieder geschafft, ey! Leck mich am Arsch! So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier, denn die Dinger... Ich lasse mich davon jetzt auf keinen Fall lumpen, weil... Mami, bitte nicht! Oh, das war knapp. Haha! Okay, ich glaube, das war gerade einfach nur ein bisschen dumm, dass ich dagegen gekommen bin. So, oh! Du Mieser! Du Miese! Kleine Drecksau. Aber, Kollege, das ist machbar. Das ist machbar. Ich muss nur... Okay, oh, ja, oh, ja. So, passt mal auf, Freunde. Also, die Stelle hier, die... Also, da darf ich echt... Ahaha! Ja! Ja! Okay! Du Mixe! Aber gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. So ein kleiner, mieser... Troll! Haha! Du! Du! Okay, okay, kein Problem. Kein Problem. Ich werde... Ja, ich werde mir das merken, mein Freund. Sollten wir uns also jemals irgendwo auf der Gamescom mal sehen oder so, ja? Ich, äh... Werde mir das merken. Und wahrscheinlich ist hier... Ja! Nein! Warte mal. Ich glaube... Hast du... Hast du nicht eigentlich in dem letzten Ultimate Challenge schon so einen Pimmel gebaut? Das ist doch so... Die Münzen... Ah! Ich weiß, was du hier gemacht hast, mein Freund. I know what you did there, mein Freund. Nein! Dachtest du, ich verschwende hier mein... Äh... Mein... Du Fichser! Das ist jetzt aber uncool! Mann! Höh! Was? Ich hab doch... Höh! Du Miese! Höh! Schneller! Höh! Schneller! Final Boss! Das ist der mich nicht... Das gegen Dingsent! Mami! Okay. Das ist so... Wie viel Pech kann man denn haben? Der schießt ja auch aus seinem, äh... Aus seinem Ding da raus. Schneller! Jawohl! Das muss ich jetzt richtig... Oh Gott, der ist wieder da. Dachte ich geh jetzt erst noch drauf, aber nice! Level geschafft, würde ich sagen. Badaaa! Ja, das war, äh, äh, sehr cooles Level wieder, Rokorti. Ja, ich hab übrigens gar nicht gesehen, dass da Hadi steht. Tatsächlich. Aber das sieht man hier nochmal in dem Bild. Da, ne? So irgendwie. Und, äh, wer das Level nachspielen möchte, ähm, hier die ID. Und, äh, Rokorti in dieser Stelle, falls du natürlich Bock hast auf eine weitere Challenge, ja? Immer her damit! Ich meine... Ah! Ich bin jetzt ganz gut aufgewärmt, so, ne? Also von daher...